Liebe Gitarleser, wir sind hier in der Münchner Backstage Halle, kurz vor dem Soundtrack von Philipp Seis. Wir haben einen kleinen Moment, wo wir seine Gitarren nochmal so beäugen können. Das ist echt völlig interessant. Gleich wird alles angeschlossen, aber bevor er alles angeschlossen ist, können wir einen kurzen Blick auf seine Mother-Gitarre, also auf seine Haupt-Gitarre werfen. 63er Fender StatoCaster, ein wahnsinniges Teil. Das ist Seis Haupt-Gitarre, er nennt sie liebevoll Mother. Heute Abend zum ersten Mal im Einsatz auch eine SG, eine früh 60er SG. Und hier haben wir eine weitere 63er Sunburst-Strat, deren Geschichte wir mit Sicherheit auch gleich noch erfahren werden. Gestern Abend, so viel konnten wir jetzt schon dem Roadie abbringen. Und auch Philipp, ja, hat er die Saiten beim letzten Song vor lauter Leidenschaft mal ein bisschen runtergerissen. Ist ja auch mal gar nicht so verkehrt. Kann man immer machen. Aber wir werden gleich Philipp Seis treffen und bis dahin, check it out. Das ist ja auch mal gar nicht so.